Ich bin so im Kanal und ich bin gerade schlecht gelaut. Ich bin so im Kanal und ich bin so im Kanal. Ich bin so im Kanal und ich bin so im Kanal. Ich bin so im Kanal und ich bin so im Kanal. 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 Ich bin so im Kanal und ich bin so im Kanal. 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 Das war's. Shit, deine Karte. Also ich nehm Knoblauchsoße. Was hast du vorgestern so gemacht? Keine Ahnung. Also am Freitag? Äh, ich war mit Leo draußen. Was hast du Donnerstag so gemacht? Keine Ahnung. Was hast du Mittwoch so gemacht? Halt. Donnerstag hatte ich ein Spiel, Mann. Und Mittwoch? Keine Ahnung. Da war ich mit Leo bei Leo. Und was hast du Dienstag gemacht? Da war ich beim Training. Und Montag? Da, keine Ahnung. Ähm, okay. Und du? Also, am Montag war ich mit Sophia auf dem Campingplatz, hab mich dann erstmal richtig erkrankt und darf auch nie, darf auch, ey, was fehlt mir wieder. Ich darf jetzt auch nicht mehr mit erstmal zum Campingplatz, wegen meinem gebrochenen Arm. Die Eltern waren sauer auf mich, ähm, äh, wie heißt das, weil ich, äh, auf einmal während dem Schwimmen nicht mehr konnte, weil mein Arm weh getan hat und die waren einfach sauer auf mich. Und meine Mama so, ja, die spinnen auch, du warst kaputt wegen deinem Arm, ist ja normal. Und ich möchte jetzt auch nicht mehr, dass du mitkommst. Aber auch wenn dein, äh, Arm, wenn dein Arm, wenn dein Arm, Dings heile wär, dann, 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 dann wär's unnötig, dass die sauer auf dich sind. Ist so. Und, ähm, Sophia sagt dann, ja, halt dich an, halt dich an, halt mich an, halt dich 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 an meinen Rücken fest. Ich will mich festhalten, halt mich an meinem Fenkel fest. Sie drückt mich runter und die Eltern schreien, schreien, geben, äh, geben mir die Schuld. Und wie heißt das? Dann durfte ich jetzt nicht mehr mit, hab mich auch richtig erkannt. Meine Mama hat gesagt, ich möchte nicht, dass du durchs Hügel gehst, du bist mir zu krank. War dann auch so, bin dann Donnerstag wiedergekommen. Dann sagten meine Nasenbluten, hallo. Und, ja. Okay. Okay. Ich warte auf ihn. Und, wieso hast du meine Karte nicht geholt? Ja, die ist schon auch abgelaufen. Ich weiß. Können wir vielleicht die Runde lieben? Hm. Hm. Hey, keine Ahnung. Wie viel Grad wird's morgen? Wie viel steht wieder, was jemand im Kommentar gemacht hat? Warte, ich guck. Wie viel Grad wird's morgen? Ich guck mal. Warte, ich guck. 20 bis 13 Grad. Perfekt. Hä? Ich glaub, mein YouTube-Bug. Ich guck jetzt noch mal auf YouTube. So, pures Gold. Hä? Bei mir steht, dass nur ich kommentiert habe. So, pures Gold. Okay. Hey, bei mir steht, dass nur ich kommentiert habe. Wieder. Alter. Warte, ich guck. Ich mag euch nicht. Okay, und wem juckt es dann? Du laberst mal. Du laberst mal wieder. Dann mach mal einen Screenshot und schick mir. Okay. Oha, guck mal, wie geil mein Screenshot ist. Muss ich dir zeigen. Oha, äh. Warte, ich schick dir. Ja, schick. Okay. Hier. Okay. Du hast es extra so gemacht, dass man das Profil wird nicht sieht. Okay, warte. Wenn ich jetzt in den Chat gucke und das du warst. Das ist halt wirklich so. Ich mag euch nicht. Ja, wir mögen dich auch nicht. Wir sind doch nett. Wir sind doch nett. Was will der? Er ist halt so. Er ist auf dem Leipzig, glaube ich, gegangen. Melden. Hast du ihn gemeldet? Wenn ja, dann gut. Melden. Nachricht gemeldet. Komm, ich bin's hier noch ganz viel Glück. Wer Loser macht. Ist so, lass, äh, geh mal zurück zur Lobby. Ich möchte in einem anderen Modus spielen. Okay. Okay. Warte. Ich bin jetzt im Ladebildschirm. 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 Jemand hat geschrieben, Hei kann ich mitspielen. Glaube ich. Warte mal. Der eine hat geschrieben Halt Maul, du Kids. Ey. Halt du doch dein Wart. Der eine hat geschrieben Halt Maul, du Kids. Ich mag euch nicht. Halt Maul, du Kids. Erstmal lernt Deutsch. Ja, du kannst mitspielen. Apokalypse. Ich mag euch nicht. Halt Maul, du Kids. Erstmal lernt Deutsch. Ja, du kannst mitspielen. Apokalypse. Warte, ich mach mal Sound leise. Wie siehst du meinen Namen? What you know about rolling down in the deep When you rain those clouds Oh mein Gott, ich sing so scheiße. What you know about rolling down in the deep Man erkennt seinen Namen nicht. Äh. Ich schreib den Namen in Chat. Ja, okay. Also nicht, ich... Jemand hat geschrieben wieder FN Kiddies. FN Kiddies. Bro, sein Name stimmt. Oh, ist so. Ist so. Okay, warte. Warte. Was, äh, sorry. Äh, wink. Das L durch ein K ersetzen. Warte mal. Ähm, kurz noch mal melden. Ähre. Oha. Oha. Du hast Oha. Okay, Nutzer vorher rüberging. Blockieren. Ich hab ihn blockiert. Okay. genommen wenn sie existieren würde ja ist so hat mir eine anfrage geschickt darf ich dir was sagen ja ich war dieser kommen diese kommentare ja mein meister helft lasst mal jetzt spielen jetzt der von chat weiß ich weiß welchen modus entscheide do I have fun as a means thank you go ok ok let's create ja warte kurz ja 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 leute ich muss auch ausmachen ok ciao leute ciao ja 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 ja